So Leute, willkommen, neues Video hier. Lange gab es nichts mehr, jetzt geht es mal wieder los. Es hat sich viel bei mir verändert. Dazu kommt halt auch, also was halt bei mir so passiert ist, ich war in Kanada gewesen. Ich kann da gerne was mal drüber erzählen, wie es genau war. Auf jeden Fall da war ich. Ich bin jetzt in Lissabon, arbeite jetzt hier, lebe hier. Und habe mir halt überlegt, jetzt einfach auf dem Kanal, ich habe halt lange überlegt, ob ich jetzt einen neuen Kanal mache und wie ich es mache und ob wieder Videos kommen, weil ich habe die ganze Zeit Bock gehabt und wusste aber halt immer nicht so, was lädst du hoch und so, keine Ahnung. Jetzt habe ich mich halt einfach dazu entschieden. Ich werde halt jetzt versuchen, täglich zu vloggen, halt wenn irgendwas Spannendes passiert, das halt zumindest halt aufzunehmen und halt einfach, ja, keine Ahnung, halt einfach zu hochzuladen und einfach zu machen. Und das ist jetzt der Plan und deswegen, ich bin jetzt hier in der Wohnung, es schallt wahrscheinlich, der Sound ist nicht optimal. Ich habe auch mein Mikrofon noch nicht hier, das ist alles noch in Deutschland, deswegen, ich nehme es hier gerade mit dem Handy auf. Verzeih jetzt mir. Es gibt halt eine Neuerung auf jeden Fall, es kommen jetzt Vlogs. Aber, passt auf Leute, das große Aber kommt, das ist das letzte Video vorerst auf dem Kanal hier auf Deutsch, weil ich mich dazu entschieden habe, hier einfach, weil ich ein komplettes englisches Umfeld habe mit Leuten und halt alles auf Englisch ist. Vlogs ist einfach auf Englisch. Ich denke mal, ich hoffe, dass mein Englisch so gut ist, dass es halt verständlich ist für die Leute, hoffe ich. Die Leute, die halt dranbleiben, würde mich freuen, wenn ihr euch das halt einfach mal anschaut oder wenn ihr halt Bock drauf habt und vielleicht euer Englisch verbessern wollt, keine Ahnung. Dann kann man ja da auf Englisch auch in den Kommentaren schreiben und ja, ihr lernt was. Ich habe meinen Spaß. Warum machen wir es nicht einfach? Das ist so meine Idee dahinter gewesen, weil wenn ich einen neuen Kanal mache, dann weiß ich nicht, es gibt vielleicht Leute unter euch ja wirklich, die sich dafür interessieren. Deswegen dachte ich, machen wir es einfach auf dem Kanal. Und genau, es ist ja kein kompletter Themawechsel oder Contentwechsel. Es ist halt einfach nur, dass ich eine Veränderung wollte hier. Es gibt ja so oder so kein Gaming mehr, weil es halt einfach hier gar nicht geht. Vielleicht kommen halt auch, weiß ich nicht, wenn ihr euch da für irgendwas interessiert. Ja, vielleicht kommen halt auch so, weiß ich nicht, Reactions auf irgendwelche Videos oder wir machen irgendwelche Sachen. Also wie gesagt, nächstes Jahr kann ich halt hier auch in der Nähe surfen gehen, was ich halt lernen möchte und alles solche Sachen. Und deswegen, warum vlogge ich nicht einfach? Das habe ich mir gedacht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ja. Und wie gesagt, es ist das letzte Video auf Englisch. Dann auf Instagram und so kommen wahrscheinlich auch noch deutsche Storys und alles Mögliche, wo ich halt auf Deutsch irgendwas... Also Instagram bleibt alles eigentlich normal, je nachdem, wie sich das Ganze halt entwickelt. Man kann ja erstmal abwarten. Auf jeden Fall, ich habe mir auch überlegt, einen Zweitkanal zu machen, wo halt deutsche Videos kommen ab und zu, wenn ich auch mal Bock habe, was deutsches zu machen. Wenn ich mit Leuten zu Hause chill irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal in Deutschland bin. da einfach mal so einen Backup-Kanal zu haben, wo man halt einfach was hochlädt. Wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal abonnieren. Vielleicht kommt da halt bald schon mal was, mal schauen. Und ich werde dann halt einfach mal in den nächsten Videos einfach mal erläutern und erklären, was halt einfach so bei mir abging, wo ich halt überall war und was ich so gesehen habe, seitdem ich halt keine großen Videos mehr... Ich habe halt immer nur solche Videos im Sinne von mehr Reisevideos, also sage ich mal, ohne dass halt irgendwie eine Story dazu abgegeben wurde, so was machst du da überhaupt? Deswegen denke ich mal, vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ich fange einfach da als Kanal Neustart mal damit an, was halt bei mir so in der Vergangenheit passiert ist. Und genau, mehr war es eigentlich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich wirklich nur nochmal hier Danke sagen für die ganzen Leute, die jetzt hier auf dem Kanal sind und die sich hier die Videos noch anschauen. Ja, wer wir jetzt hier geschaut hat, kann das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Also wie gesagt, schreibt mal rein, wer noch da ist. Den ein oder anderen Namen, den dürfte ich ja auch noch kennen. Genau, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Es wird Großes auf euch zukommen. Nein, es wird aber echt eine leise Zeit werden. Und ich denke mir einfach, warum nicht einfach filmen? Genau, Leute. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.